So, Nachmittag auch. Willkommen zu Episode 3. Möchtest du auch noch Hallo sagen? Auf jeden Fall. Auf nach Episode 3. Wir freuen uns, ne? Tun wir das? Ja, ich find schon. Oh, das fängt anders an diesmal. Das sieht geil aus. Kristallhöhle? Uiuiui. Meins? Okay, da war's. Oh, war was. Ach was. Warum haben wir keinen Counter, der das... Deswegen nur dieses Öffnungslevel. Ich weiß nicht, ob das dann auf unseren Gesamtmünz-Counter gerechnet wird. Geh ich mal von aus. Ich hoffe. Stimmt. Ich mach das doch irgendwie aus. Da, eine Münze ist nicht üblich. Ist aber liebenswürdig. So bin ich. So kam er mich. Mhm. So, nu? Wer wird jetzt mitgenommen? Da hat er ja schon beide Toten to death. Nur den Stern? Jo, den kann er haben. Davon haben wir schon mehr als genug. Ah ja, die hat er ja immer noch. Hat ich vergessen. Ha 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 ha. Ba ba ba. Mit dem Echo, ey. So, Captain Toad Treasure Tracker 3. Captain Toad Treasure Tracker? Treasure Tracker ist auch irgendwie so ein halber Zungenbrecher irgendwie. Wo bist du, Clothed? Sag mal dreimal schneller hintereinander. Captain Toad Treasure Tracker? Da musst du noch 3 da am besten mit dran nageln. Captain Toad Treasure Tracker 3. Da wirst du wahnsinnig bei ihm. So. Walzen Inferno. Oh ja. Sieht schon spannend aus. Den kennen wir doch schon, oder? Den... Ja, aber nicht aus Lava bestehend. Wie heißt der? Ähm. Was ist der? Öztemir, Kevin? Öztemir, Kevin? Ja, was weiß ich. Danke. Hier können wir nicht rüberlaufen. Der Grüne. Da auch nicht. Den Grünen möchte ich nicht. Na gut. Ich auch nicht. Du bist tot. Nee, das ist eine blöde Idee. Gut, erstmal gucken. Hä? Achso. Ja, das habe ich nicht gesehen, weil die Kamera so blöd eingestellt war. Ja, wer macht denn sowas? Ich komme nicht mal hoch, aber... Ja, okay. Aha. Okay, habe ich verstanden. Hast du? So, ich warte mal hier, wa? Ich warte nochmal kurz auf. Ich füge die Kamera, wenn du läufst. Das dachte ich mir, dass das passiert. So, da kommen wir von hier aus nicht hin. Das heißt, wir müssen... Ich gehe jetzt mal Münzen sammeln. Das ist immer gut. Oh nein, ich... Geh doch mal mal. Öztemir, was ist denn mit dir? Äh, äh, äh. Was machst du denn? Oh, war ich das jetzt mit der Kamera drehen? Nee. Okay, aber gut. Sonst hätte ich mich entschuldigt. Dann ist ja alles richtig. So, also über die grüne Walze auf das Ding und damit auf die Plattform. Dann machen wir das auch mal. Das Blaue dreht sich viel schneller als das Grüne. Ich raste aus. Okay, na. So. Oh, und dann auch da? Kann man über die grünen Walzen auch rückwärts laufen, weil die Blauen sind ja zu schnell da vorher. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Komm gleich. Was mache ich denn jetzt? Okay. Siehst du wohl, haben wir den ersten schon mal. Jetzt müssen wir uns da einfach was einfallen lassen. Du bist schon mal da hoch, ja? Ja, ich höpfe hier mal kurz. Ich würde langsam mal weggehen. Gut. Dann walze ich da mal rüber, wa? Weiß mal. Wo hüpft der hier lang? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Okay. Komm ich jetzt zurück? Ja, aber hast du davon was? Ja. Kann ich die Kamera dann spannend drehen. Die hat mir nichts gebracht, irgendwo runter zu hüpfen, ne? Ah, dann müssen wir hin. Wo müssen wir hin? Da auf diesen... Da. Ach, da. Aha! Ja, ist doch... Ist aber doch ein Fest. Mach ich hier. Bin gleich richtig gelandet. Du, wir hast noch eine Runde. Ja. So, die haben wir ein 3. Wo ist er? Ach so, ja, einmal abwarten und dann haben wir das doch. Attack. So. Oh, ich hab gewonnen. So, was war jetzt das... Geheimnis? Die lasst dich nicht für nütze in mir treffen. Löse das Spiel, ohne die Kamera zu drehen. Ah, 75 Münzen. Haben wir doch. Easy. Amiibo. Möchtest du mal ein Amiibo einscannen? Dann gibt's mal nicht extra Leben. Katapultflug über den Magmasee. Ich glaub, für ein eingescanntes Amiibo gibt's zwei Leben und für eine Amiibo-Karte eins. Mhm. Ich hab davon keine Ahnung. Was ist Amiibo? Na, die Figuren. Kennst du doch keine Amiibo-Figuren? Mhm. Das muss ich testen. Geil. Das will ich auch. Gucken wir mal rein. Da ist nichts zu sehen im Tunnel. Dann gucken wir hier mal rüber. Da ist eine Pflanze unten. Da sind zwei Edelsteine. Powerblock. Wie machen wir denn das jetzt? Wann kommt denn hier... Hier kommt irgendwie gar keiner. Aha. Okay. Hab ich jetzt so nicht erwartet. Nee. Ich wollte da gerade runtergehen. Scheiße. Ach, geht gar nicht. Das ist eine Wand. Ja, geht da mal rauf. Nee, nicht. Geh mal runter, wenn du kannst. Kannst du nicht, ne? Ja, so bleiben. Nee, ist nicht hoch genug. Okay, kannst du runterlaufen. Nee. Kannst du nicht? Jetzt. Jo. Guck mal, da ist auch was. Ah. Ist hier ein Diamant drin? Ich hab den zweiten Diamanten. Scheiße, hab ich den ersten verpasst. Stille, wie kommen wir denn da hin? Ah, warte mal. Hier, ich hab's. Hä? Das ist kein Durchgang. Oder doch? Dann zieh doch. Dann hol den Diamanten da raus mal. So, und dann hier irgendwo noch zu dir. Jetzt hast du die Münze nicht mitgenommen. Ja, die End. Wie macht den coolen Achreffett? Ja, wah, hallo? Ist das hier keine Treppe? Ich kann nicht weiter. Ja. Hier ist Schicht. Und man sieht nix. Nee, da komm ich ja auch nicht rauf. Ach so. Sehr gut. Warte mal, geht's hier links weiter? Ja. Ja, dann power ich mal eine Runde, wa? Power. Oder will ich erst dann vorbeilaufen? Geht das überhaupt? Was bringt mir das jetzt? Soll ich jetzt powern? Ja. Yes. Aha. Aha. Jawoll. Aua. Arsch. Wie hast du mich genannt? Nicht dich. Den grünen da. Ach so. Gisst du ohne Schwimmen? Was ist jetzt passiert? Du bist in den Arber geplumpst. Warum? Die Frage kannst du nur diese antworten. So. Unverschämtheit. Der schießt uns auf ihn selbst rauf, ne? Ja. Mehr Möglichkeiten haben wir auch nicht mehr. Wo ist dann... Doch, wir müssen... Ja, bleib mal da stehen. Wo bist du? Wo bist du denn? Da. Äh. Hallo? Ich weiß nicht, wo du da bist. Wo bist du? Ich hab den Jammern mal geholt. Ach da, jetzt sehe ich dich erst. Gut. Dann... Ach, du hast dich schon übergepimpt, ja? Mhm. Jo. Bäm. Kein Schaden? Geheimer Goldpilz? Keine Spite besiegen. Wirst du nicht auch nochmal auf hier raufgeschleudert? Gut, versuchen wir es. Piepende Blöcke in den Stein. Stern. Äh, piepende Blöcke in den Stern, hab ich doch gesagt. Ach, das ist... Ja, alles klar. Kannst du hier... Im Takt. Entweder sind die Roten oder die Blauen da. Ding. Ich guck mir erst mal hier, wenn die Roten da sind. Nein, da komm ich nicht durch. Ah, spiel mit Takt. Ah, okay, da rüber. Okay. Da für dich. Aua. Bitch. Traum. Und nun? Ach so, jetzt kann ich hier... Ja, warte, nicht drehen, nicht drehen, danke. Komm zurück. Und dann können wir. Abflug. Ja, lass dich noch mit ran, du! Ja. Ego-Schwein. Ja, hat doch funktioniert. Weißt, dass du gut an der Druck arbeitest. So, ich will das. Dann bleib ich jetzt hier stehen. Ich kack dir jetzt auf den Korb. So. Dann ist ja alles beim Alten. Hahaha. Wo will ich denn gleich hin? Oh, ich sehe gerade, was ich verkack... Ja, wahrscheinlich machst du sowas hier mit mir. Ich hätte hier für die Münzen... Uäh! Ich sehe es nicht. Ja, wir können auch mal neu starten, um genau, den zweiten Diamanten mitzunehmen. Ich finde es total schwierig, die verschiedenen Ebenen zu sehen, wenn es so durchsichtig ist. Ja, das ist nicht ganz einfach. So, pass auf. Jetzt musst du nämlich mit dem hier... Wenn das weg ist... Pass auf. Geil, oder? Mhm. So, den ersten müssen wir nicht mehr einsammeln. Und den nehme ich einfach mal profilaktisch mit. Willst du auch einen mitnehmen? Geht nicht, weil er vorne ist ohne Leiter. Ich habe Angst, wenn du vorgehst. Zum Glück verschwinden die Leiter nicht, ey. Hü! Du bist doch vorne. Ja, ich habe mich selbst angehüht. Achso. Danke. Oh, das war echt. Will ich... Okay, er wird blockiert, dann bin ich aber ruhig. Wo will ich denn gleich hin? So, erstmal orientieren. Ja, wir können hier zur Pflanze latschen. Ja, zu der da. Ja. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und treffen wir uns jetzt hier rechts. Ja, wenn er mal klettern würde. Den ist, Mucke. Den sollst du bestimmt kalt machen. Willst du erstmal orientieren? Oh, nein! Da musst du im Tag dich runterfallen lassen. Willst du erst den Typen töten? Können wir nicht. Machst du. Oh. Ja, was ist denn? Hab ich? Danke. Ich sehe das mit den Münzen ja noch nicht richtig. Achso, mit den roten Platten. Das war schön. So, ich mache jetzt nichts, bis du hier ankommst. Du kannst doch bubbeln, fällt mir gerade mal ein. Nee. Den Spaß gönne ich mir. Das sehe ich überhaupt nicht. Stopp, 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 stopp. Weiter, weiter. Ich will jetzt los und ich Münzen hole, du Brathiering. Dann drehst du die Kamera. Ja, ich... Ist hier ein Zaun? Wo ist ein Zaun? Hier ist sogar noch ein Zaun. Da ist ein Zaun, ja. Deswegen ging das nicht. Alter, ich will los und du drehst die Kamera. Ich weiß, konntest du nicht ahnen, aber trotzdem. Ja, warte auch auf mich. Kein Schaden. Ging nicht, du hast die Kamera gedreht. Spitzhacken-Archäologie. Ab 80. Haben wir. Sind wir. Nee, das war nicht. So fühle ich mich, aber das bin gar nicht. Ja, nee, ich fühle mich auf jeden Fall so. Oh, das will ich. Meins. Bleib hier. Meins. Oh, Hammer-Time. Nein, hier hinten. Hinten, genau. Machst du das? Nein. Ich muss jetzt hämmern. Ich hab gerade einen Hammer. Ich hab selber einen. Okay, dann hämmer das mal. Ich bin, ähm, wie hieß er? Ah, wie hieß er denn? Nicht runterkommen, nicht runterkommen. Mach es mal umfällig. Guck erst mal, alles andere. Wie hieß er denn? Randaleralf? Randaleralf, und? Wie hieß sein? Wie hieß denn Randaleralf? Du kennst Randaleralf nicht? Nein. Kennst du MC Hammer wenigstens? Ja. Gut. Sagst du jetzt einfach nur so, ja? Ja. Oh Gott. Kennst du dieses Hammer-Time? D-d-d-d-d. Ah, ja, ja, ja. Okay. Nun dreh doch mal ganz, wenn wir da hinten nochmal rumgucken können. Ja, das müssen wir noch nicht. Da hättest du durchhämmern müssen. Ja, das wusste ich nicht. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Oh, ich hab den Stern nicht gesehen. Also wirklich. Nicht ein Diamant? Mhm. Wow. Keine? Wie soll das denn? Ja, gut, dann also ohne Blöcke zerstören, direkt zum Stern runter plumpsen lassen. Das machen wir jetzt einmal. Ja, das machen wir später. Wir müssen erst einen Durchgang mit dem, nur dem Stern machen, einen Durchgang mit den scheiß Diamanten. Oh. Und jetzt noch der Diamant Run. Du weißt, wo die sind? Zwei Stück, ja. Das heißt, wie hämmern wir jetzt los? Ähm, also du hast ja hier irgendwie zwei Hämmer gehabt, ne? Einer ist der da, der da rennt. Damit sollten wir hier rein und... Was ist denn da drin? Das, ich glaube Münzen. Ja, Münzen sind scheiße. Dann gibt es hier eine Wand und da unten, da ist der erste... Das können wir jetzt nicht sehen, hier unter. Ja, okay. Dann hämmerst du dich da runter und ich hämmer mich hier nirgends runter, oder was? Ne, wir hämmern uns beide da lang. Wenn das beides Hämmer sind, dann ist ja gut. Also los, hämmer das raus. Wenn es möglicherweise hier ist. Ja, es sieht super aus. So. Hü. Abfahrt. Okay, ich mach das hier. Ich hab doch gesagt, Münzen sind scheißegal, oder was? Ja, aber das bringt... Oh, ich bin eingesperrt hier. Beide lang, kann man. Ne, ich finde hier was ziehen. So. Ach so, komm ich wieder hoch. Was war da jetzt drin? Auch nur Münzen? Ja. Gut. Und was ist jetzt der Plan? Hier ist scheißegal, oder was? Ähm... Was ist da noch drin? Ja, ich glaube schon. Wo soll ich? Bist du Schadler? Ja. Gas. Oh, da ist noch ein Hammer. Da wäre noch ein Hammer gewesen. Wo ist noch ein... Oh. Ja, dann sollen wir die mal ein. Da nimm den. Hö. Ja, da habe ich. Das ist nochmal zwei. Jetzt müssen wir nochmal drei finden. Oh, das macht den Hammer. Gibt... Gibt der? Ja. Los, steck mich an. Da ist nein. Äh, fuck, falsche Richtung. Wo soll ich denn noch hämmern? Ja, warte. Hier ist ja Schicht. Äh, das können wir auch den anderen Schritt hier noch. Wie er abwechselnd die Pflanzen zupft. Ah, das ist süß. Profi-Gärtner. So, was hat der da für uns? Ach, ist das noch nicht letztendlich mit ihm gequatscht? Ja. Oh, jetzt ist es ja nur lekorativ. Das ist ja... Du stehst mich doch nicht noch weiter runter hier. Boah. Findest du ihn so spannend? Stopp, bevor du da was rausziehst. Da war doch... Ne, da war nur Rettig drin. Da war nur Rettig. Jetzt steh mir nicht im Weg, warum ich ihn abwerfen will. Wurf doch den hinter uns. Ne, den möchte ich nicht. Äh... Warte mal ganz kurz. Ich glaub, unten war irgendwie auch noch Hammer-Time, ne? Scheiße, was war denn hier? Ist hier noch wo ein Hammer? Ah, ne, wir haben auch eine Action! Oh Gott, ich hab auch Angst, dass wir zu weit runterfallen. Jetzt hab ich auf dich geguckt, verdammt, dann muss ich jetzt hammeren. Ach, da oben. Ah, wo oben? Da. Du kommst da noch hin. 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 Ich weiß, ich hoffe, dass hier ein Hammer in dem drin ist. Jo, dann ist gut. Komm schon. Ja. Hab ich. Oh, die kommen unendlich. Ne, nur die paar. Ich wollte die Münzen noch mitnehmen. Egal. Scheiß auf die Münzen. Bitte? Die hätten bestimmt noch zum Leben gefehlt. Nein. Natürlich. Na, siehst du wohl. 100%. Wir sind wieder da. Wo bist du, Cap'n Toad? Äh, Kapitän Toad. Entschuldigung, ach, ne, wir Münzbums. Warte. Dann beginnen wir hier wieder mit MC Hammer. Okay. Ne, der Blaue gibt einen Pilz, ne? Gas. Ernsthaft? Bis wir nicht hier rumkommen, ich wollte gerade sagen. Äh, hier. Goldpilz, Goldpilz. Ja, fett. Kann ich nicht hier gleichzeitig. Ich hab den zweiten Goldpilz nicht gekriegt. Der hätte noch ein vieles Leben gegeben. Schade. Hm. Nochmal? Geht ja leider nicht. So, Haien der hohlen Bäume. Ich verkneife beim Kommentar. Sieht gut aus. Gefällt mir. Hauptsächlich mein Bier. Ja, wirklich? Jo, hier so schön grün mit Bäumen und so. Äh. Und Flößen und Wasser. Schäge. Ein Traum. Ich geh hier runter. So zwei Dinge hab ich gesehen. Wo willst du hin? Ich geh mich ertrinken. Viel Spaß. Lass dich nicht stören. So, Nummer eins hab ich. Ist noch was Spannendes da unten? Weiß ich nicht, ich seh nix. Wieso nicht? Von oben drauf. Mehr ist da nicht. Wo bin ich denn? Ich seh nicht mal, wo ich bin. Ich planche den rum. Ist kein Urlaub hier. Warte mal, ich muss mal hier kurz. Das ist doch noch ne Münze unten. So, haben wir's? So, komm da raus. Sonst wird die Haut schrumpelig. So. Hast du's? Gerade so. Gut. Pass auf den hier Rotationsraubenbums auf. Den Rotationsraubenbums. Okay, ja. Ja, wie kommen wir denn an das Ding? Ach, von irgendwo da. Also jetzt nicht. Jetzt können wir den nicht. Hm? Zuf mal. Zuf mal an dem Stängel da. Mhm. Rotationsrauben. Können wir nochmal so anders gucken. So meinst du? Kannst die Rauben im Tunnel sehen? Ja. Ja, ja. Oh, hier ist noch Spaß. Noch mehr? Spaß mit Rauben. Spaß mit Rauben. Wow. Spaß mit Rauben. Da müssen wir durch. Das. Knapp. Das wackelt. Vielleicht das. Yes. Wuhu. Ja, warte mal, ob es nochmal runterkommt. Ich geh hier nochmal. Nee, ich will das mal hochrumsen. Das nix, ne? Hier oben ist nämlich auch noch ein Diamant drin. Sag wahrscheinlich, wenn du fertig bist. Hier, so mein Regenbogen ist ja vielleicht. Alter. Bist fertig? Warte mal. Ja, okay. Na, wir müssen uns hier runterstürzen auf das Pau-Teil. Und dann können wir nämlich von hier aus an den letzten Diamanten. Möchtest du? Möchtest du nicht, denke ich. Verstehe nicht. Achso. Ich war ganz kompliziert. Ich war von dem rotierenden Baustlern da oben. Ne, da bin ich mich noch gar nicht beschäftigt. Wo war der Sterne jetzt? Irgendwo da drin. Mit rotieren. Ja, musst du dich durch das Loch fallen lassen. Also wieder zurück zum Flusswasserfall. Wasserfontäne. Skalarfontäne. Ist tatsächlich Regenbogen. Ist auch so viel zu drehen. Das mach ich gar nicht, wenn ich hier durchmöchte. So, aus dem Weg. Da kommen wir jetzt nicht rein. So, jetzt reinplumpsen lassen. Und dann gehst du durch die linke Öffnung, wenn sie rechts ist. Jetzt. Und dann kommst du zum Stern. Und ich hab gewonnen. Ich bin beeindruckt. Das sind alle von mir. Dass du das immer machst. Ja. Das ist der Wahnsinn, ne? Verrückt. Und bist du nicht auch froh, dass wir das Lachs los sind? Den Lachs? Ja, aber ich hätte gern... Du hast schon wieder den geheimen Goldpilz vergessen. Den hätte ich gern gehabt, ja. Ja. Töfte. Du hast schon wieder den geheimen Goldpilz.